Hallo Leute, weiter geht's bei Doom Eternal. Ja, die Gegner wollen uns tot sehen. Und ich hab hier kaum eine Munition, was ein Problem ist. Ähm, eigentlich wollte ich nur das hier testen. Ich hab hier quasi so ein Sniper-Teil. Aber das bringt mir eigentlich nichts, weil ich keine Munition mehr hab. Das ist ein Problem. Und dann führt uns unser Weg jetzt da runter. Und da vorne irgendwo ist direkt ein Secret. Was ich natürlich nicht verpassen möchte, wenn möglich. Oh wow. Tüten. Moment. Idee. Boom. So. Geht das? Ja, es geht. Okay. Damit kann ich leben. Man sieht ja genau, wo die Teile runterkommen. Und ungefähr zwischen dem zweiten und dem dritten ist was. Oh, was? Das ist noch ein Gegner? Ja, Moment. Das machen wir anders. Feuer. Äh, ja. Die leben aber noch, oder? Oh nein. Würde bitte endlich sterben. Jetzt weiss ich nicht, wo ich stehe. Das ist ein Problem. Komm schon. Oh, was ist denn jetzt? Das ist nicht so fair. Das ist echt nicht so fair hier. Oh oh. Ich steh falsch. Ich geh zurück. Ich hab nochmal ne Granate einsatzbereit. Für den Fall, dass doch jemand Ärger haben will. Okay, ich glaub, dass ist niemand mehr da. Blast the soldier. Okay. Oh, was zum. Hehehe. Habt ihr das gesehen? Einfach mit einer coolen Granate fertig gemacht. War da noch was? Nein. Aber hier ist noch was. Medipack. Da drüben ist nochmal was geiles. Okay, wie gesagt, ich hab nicht mehr viel Munition, aber... Ich bin bereit. Der zweite Höllenpriester wartet auf seinen Tod. Oh oh. Was das? Was das? Oh oh. Oh oh. Sieht für mich aus wie eine Sicherheitseinrichtung oder so. Darüber muss ich hin. Okay. Wir haben Energie. Das ist nie gut. Ich muss hier was tun, auf jeden Fall. Das Ding da oben macht mich ein bisschen nervös. Oh oh. Das war knapp. Muss ich ein bisschen... ...längere Zeit hier stehen? Nein. Was soll ich hier machen? Infiltriere die... ...Kultistenbasis. Aber wie? So hoch komme ich auf keinen Fall. Kann mich hier auch nirgendwo festhalten? Oh nein. Ich hab's schon gesehen. Oh nein. Ich hab's schon gesehen. Ihr auch. Oh nein. Oh nein. Das wird so schlimm werden. Das wird so schlimm werden. Ich werde sowas von sterben. So herum, bitte. So herum, bitte. Au, au, au. Ja, ist nicht fair. Ja, ist nicht fair. War das richtig? Ja. Und das andere wäre vermutlich genau derselbe Weg gewesen, glaube ich. Weil sie hat mir hier unten keinen Secret mehr angezeigt. Aber da oben. Äh. Ja. Da drüben. Was ist das? Hergeben. Nochmal so eine Rune. Per Torenanzugsmarke. Kann ich damit jetzt irgendwas cooles machen? Äh. Drei Stück. Okay. Was könnte ich denn machen? Das hier zum Beispiel. Dämonen bleiben länger eingefroren. Oder was haben wir hier? Grate bewirkt eine zweite Größe Explosion, die keinen Schaden zufügt, aber Dämonen ins Taubel bringt? Nö. Hier. Dickere Haut. Dämonen gegen das. Nein. Explosive Fässer. Nein. Was haben wir da? Größere Nebenscheinwerfer. Größere Automap-Deckung. Apropos. Hier. Enttült die Automap-Station auf der Automap. Ich glaube, das nehme ich. So sehe ich immer, wo das ist. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, oder? Slayer Atlas. Was haben wir hier noch für das zweiteil da? Schnelle Waffen- und Modwechsel. Nee. Will ich nicht. Enttült sämtliche Forsterungsgegenstände. Das will ich eigentlich auch nicht haben. Das bringt mir eigentlich nicht viel, oder? So. Da entlang will ich. W-wa-wa- Er hat nicht mehr gedasht. Was sollte das denn gerade? Er hat nicht mehr gedasht. Wo ich da eigentlich gelandet bin drauf? Teilweise ist es seltsam. Naja. Okay. Was ist das hier? Nichts. Okay, das kann ich aufschiessen. Und dann? Was erwartet mich? Ich kann es nicht sehen. Okay. So weit, so gut. So weit, so gut. Könnte ich da abspringen? Und... Ja, da abspringen. Da kann ich abspringen. Was ist das da? Oh, dass das mich tötet. Ich kann auch weiter hochgehen. Denke ich, werden wir da abspringen. Oh, 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 oh. Äh, ist das jetzt kaputt gegangen? Vermutlich nicht. Da unten wäre Plasma. Energie. Moment, das kann ich ja abpassen irgendwie, oder? Das will ich alles haben. Ufer, Ufer. Ja, ja, ist gut jetzt. Wo Gegner? Der Drü-Orden, nein. Ich bin tot. Halt dich doch! Ihr habt es gesehen. Ich habe R3 gedrückt. Ich habe es gedrückt. Ihr habt es gesehen. Ihr seid Zeugen. Ihr habt sowas von gesehen. Äh, ja, toll. Wo lang? Da hoch? Toll. Ich möchte mal meine Sniper-Waffe austesten, ehrlich gesagt. Habe ich jetzt hier etwas übersehen? Wenn ja, es wäre unfair. Nein, habe ich scheinbar nicht. Da möchte ich gerne ran. Höher klettern kann ich aber scheinbar nicht. Nein. Na, das hier. Nehme ich sowas von mit. Oh! Sieh eine an. Oh, Zusatzherausforderung. Nehme ich. Auch wenn ich dafür wieder Munition verschwenden muss. Waffe wechseln, bitte. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Ich kann nichts dagegen tun. Ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Ich weiss nicht wie. Bin jetzt quasi tot. Aber ich habe es geschafft. Wie nochmal. Ah, ich. Ich habe es nicht geschafft. Äh, ja toll. Wie, ich habe es. Hä? Ich habe es geschafft und dann doch nicht? Verstehe ich nicht. Ja, ohne Energie kann ich es jetzt nicht mehr schaffen. Und, äh, ich verbrauche auch meine ganze Munition damit. Das ist ein Problem. Klitzekleines, aber es ist ein Problem, das da ist. Wo starte ich jetzt wieder? Oh, nein. Warum da? Ich habe alles nicht mitgenommen. Naja. Okay, dann kann ich so ohne Probleme weitergehen. Ich könnte noch mal runtergehen, falls ich Heilung brauche. Auf jeden Fall will ich das versuchen. Toll, ich habe nichts mehr. Ich könnte mal das hier testen. Wenn ich schon mal da bin. Das habe ich ja meine Ultra hier. Dann habe ich noch das hier. Ja, toll. Ja, toll. Ich. Er ist tot, ich bin tot. Toll. Oh, da war noch so ein Viech. Oh Gott. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Jetzt kann ich es nicht mehr schaffen, oder? Nee, ich muss weitergehen. Die Raketenwerfer-Munition wäre wichtig gewesen, aber... Auf seinem kleinen Raum, versteht ihr? Ich muss daran denken, meine Kettensäge einzusetzen und den Flammenwerfer. Vergesst das immer. Immer, immer, immer. Moment, da lag doch auch Raketenwerfer-Munition rum. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Schaut euch mal vor, ich hätte hier keine Munition mehr. Könnte ich das hier gar nicht mehr schaffen. Ich meine, da ist ja was. Da will ich hingehen. Können die mich eigentlich auch runterwerfen, wenn die auf mich schiessen? Ich vermute ja... Einfach weitergehen, einfach weitergehen. Wo sind sie jetzt? Hä? Das war dumm. Das wollte ich jetzt sowas von... Nicht! Das wollte ich jetzt sowas von nicht. Nehmen wir doch das mit. Jetzt habe ich da Raketenwerfer-Munition. Und ich habe den Blutschlag. Darf ich nicht vergessen. Den direkt einsetzen, glaube ich. Und das einsetzen. Komm schon. Komm schon. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt quasi tot, aber ich habe es geschafft. Schön. Freut mich. Äh. Ach, komm. Da ist ein Leben. Okay. Das geht aber sofort zu. Aber da kann ich stehen bleiben. Wie? Was? Was? Da unten muss ich hin. Oder was? Ich. Es tut mir leid. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Das ist ja nicht offen da. Hä? Da unten rein. Dann werde ich sofort zerquetscht. Nein. Ich wollte nur näher rangehen. Dort. Oh, da ist doch ein Spaß hier. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Das Extra-Leben soll nur verwirren, glaube ich. Solche Stellen, die nerven mich wirklich. Sondern möchte gerne Jump-and-Run-Passagen, obwohl man wirklich nicht sehen kann, was das Spiel von mir will. Ich habe die Herausforderung hoffentlich gemeistert. Wobei, so weit wie ich zurückgehen muss. Moment, wo ist die Karte? Äh. Doch, dich doch nicht geschafft zu haben. Äh, Verzeihung? Ich meine, immerhin damit komme ich jetzt halbwegs klar. Äh, da. Dann, da. Dann ganz hoch. Weil, wie gesagt, die Herausforderung müsste eigentlich gesch... Hallo? Ah. Die Herausforderung müsste eigentlich geschafft sein. Äh, wie? Nee? Nee? Moment. Doch, okay. Die ist... Die bleibt. Aber was jetzt? Was jetzt? Da ist wirklich nur eine Scheibe. Ich muss irgendwie da in die Mitte. Und dann? Und dann was? Hä? Ich... Ich seh's nicht. Ich weiss nicht, was das Spiel von mir will. Ich... Hä? Das ist jetzt wirklich sehr dumm. Äh. Ich wollte schon sagen, hab ich's kaputt gemacht. Ich kann... Was mach ich denn falsch? Muss ich aufschiessen? Nein. Oh, das muss ich machen. Das ist ja spaßig. Wo ist jetzt meine One-Up? Da oben ist mein One-Up. Sollte ich das mitnehmen? Theoretisch ja, oder? Das war jetzt wieder dumm. Ich musste quasi... Ja, man hat das ein bisschen gesehen, aber... Recentlich war es wirklich ein Blind-Jump. Wisst ihr, was ich hasse? Blind-Jumps. Oh, was ist hier? Wo bin ich denn da unten? Moment. Wie lädt nach. Ha, ha, ha. Da lag so ein scheiss Zentakel, habt ihr gesehen. Wow. Noch so ein scheiss Zentakel. Okay, da geht was auf und zu. Schön. Das Zentakelvieh muss sterben. Wird ein Fall der Fälle. Äh. Verzeihung? Stand ich jetzt da wirklich zu nah dran? Das glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Oben drüber oder drunter? Geht jetzt nicht mehr hoch. Ah, so. Ah. Oh. Schön, 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 schön. Hat mir das auch geschafft. Das ist immerhin nicht Instant-Death. Das ist schon mal etwas. Hier? Hier nicht. Okay, was jetzt? Wär da auch etwas? Ne, da. Oh, ho, ho. Secret. Ich bin der Secret-Hunter. Ich werde aber hoffentlich nicht zerquetscht, oder? Was soll ich mit diesem verdammten Schädel? Das ist nicht der erste, den ich finde. So, was jetzt? Was jetzt? Muss ich mir hier irgendwie einen Weg bahnen? Muss auf jeden Fall hochkommen, irgendwie. Bloß wie? Das sind sehr hohe Decken. Vielleicht da hoch. Können wir es testen. Okay, geht nicht. Äh, da geht es nicht hoch. Oh, oh. Nicht zerquetschen. Bitte. Hier nicht. Da. Aber das Ding ist nicht aktiv. Was? Das Ding ist nicht aktiv. Muss ich hier noch einen Schalter finden, oder so? Hä? Wo soll ich jetzt hier einen Schalter finden? Muss auf jeden Fall da hoch. Da nicht. Doch genau da müsste ich eigentlich hochkommen. Das Grün. Warum ist das Grün? Oh, ich habe eine Idee. Nicht zerquetschen, bitte. Kommst du bitte mal mit. Aber nicht, dass es funktioniert. Wir testen es. Nee. Okay. Was ist das denn jetzt schon wieder? Da müsste ich hoch. Aber dazu müsste ich das Teil hier einschalten. Wo übersehe ich einen Schalter? Wo? Und die Höhe würde jetzt stimmen. Aber ich komme jetzt hier nicht raus. Hm. Nee, das klappt nicht. Was übersehe ich denn gerade? Was übersehe ich denn gerade? So sehr. Hier irgendwie weiter. Nee. So weit hoch komme ich auch nicht. Autsch. Äh. Nein. Das bringt mir alles nichts. Da. Nein. Wenn das Ding hier leuchtet grün, ja. Was will mir das sagen? Das ist der richtige Weg. Warum ist es nicht aktiv? Tief. Da oben will ich zerquetscht werden, nehme ich an. Hier ist noch was. Aha. Komm raus da. Okay, dann nicht. Aha. 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 Okay. Draufstehen. Und. Hergeben. Und boom. So geht das. Oh, wow. Yes. Perfekt. Ähm. Plasma-Werfer. Moment. Feuer. Los, flieg. Oh nein. Der ist noch am Leben. Problem. Oh nein. Nein. Ich hab die Waffe gewechselt. Los. Gib mir die Energie. Ich brauch sie. Mach ich das. Dann mach ich das. Mach ich das. Mach ich das. So. Sehr viel Zeugs bekommen. Damit kann man sehr gut siegeln, muss ich zugeben. Und stirb. Oh, ich hab das unterschätzt. Das ist, äh, Tarnteil da. Was? Neue Stufe. Doom 4. Hallo? Hallo? Hält das wie so viel aus? Ich hab das Ganze ziemlich kack gestartet. Aber ran ging es ja wirklich verdammt gut. Oh, diese komische Straße, ne? Gib mir alles. Ist hier noch das Versteck? Bestimmt, oder? Ne, scheinbar nicht. Was passiert, wenn ich das umlege? Äh, was? Äh, was ist das? Was, was, was? Muss ich hier was einsetzen? Scheint fast so, aber ich hab nichts. Ähm. Jetzt heißt was drinnen, aber. Hm. Ich hätte wieder flüchten können. Äh, gut. Jetzt seh ich mal wieder nicht, wohin ich gehen soll. Zählen wir da rein, aber. Wie? Hä? Muss ich das irgendwie drehen, oder so? Nee, kann nicht sein. Ich weiss auch nicht so richtig, was ich hier probiere. Hä? Ich seh gerade nicht, was ich... Soll. Da unten kann ich eh nichts mehr tun. Nee, es muss was damit zu tun haben. Aber was? Ganz im Ernst, ich begreif's nicht. Okay, da hab ich jetzt vermutlich Zeit, um mir das zu überlegen. Ja. Äh, Moment. Nee, keine Ahnung. Also muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen, um mir zu überlegen, was ich jetzt machen könnte. Dann Leute, für heute war's das mit Doom Eternal. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss. 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 Tschüss.